Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 21. Juli Und Ahab rief Obatia seinen Hofmeister. Obatia aber fürchtete den Herrn sehr. 1. Könige 18, Vers 3 Da sehen wir einen frommen Mann in einer gottlosen Umgebung. Was mag der Hofmeister Obatia an dem Hof des abgöttischen Königs Ahab innerlich gelitten haben? 2. Es war sicher furchtbar für ihn, wenn am Königshof die wilden Götzenfeste gefeiert wurden. Oder wenn die Königin Isabel über den lebendigen Gott und seine Gläubigen spottete. Aber er tat treu seinen Dienst. Man konnte ihn nicht entbehren, obwohl er immer wieder seine Liebe zu den Knechten Gottes bewies. Und er blieb in dieser Umgebung, in der alles, aber auch alles für ihn eine Last bedeutete. 3. Ebenso bewährte sich der junge Josef in dem heidnischen Ägypten als treuer Zeuge seines Herrn. 4. Wie schwer muss es für Lot gewesen sein, der in dem abgöttischen Sodom lebte, von dem Petrus schreibt, 5. Welchen die schändlichen Leute alles Leid taten mit ihren unzüchtigen Wandel. Es gibt auch heute viele Kinder Gottes, die in einer ungläubigen Umgebung leben müssen. 5. Da will der Glauben oft klein werden. Es geht ihnen wie jenem jungen Christen auf Sumatra, der dem Missionar sagte, 6. Wenn ich eine Predigt höre, ist mein Glaube groß wie ein Berg. 7. Aber wenn ich in meiner heidnischen Umgebung bin, ist er klein wie ein Reiskorn. 8. Da kann ein Blick auf jene Vorbilder des Glaubens helfen. 9. Sie bleiben fest, weil sie in jedem Augenblick wussten, 9. Ich stehe gar nicht alleine. 10. Er, der lebendige Herr, ist mit mir. 11. Er hat versprochen, dass niemand seine Schafe aus seiner Hand reißen kann. 11. Das will ich festhalten und ihm Ehre machen an dem Platz, an dem ich stehe. 12. Herr, gib uns alle Zeit die Gewissheit deiner Gegenwart. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Danke schön. Danke schön.